Hey, hallo! Am Samstag, den 21.09. geht um 19.30 Uhr im Kalbenthaler Brauchhaus die Post ab. Da gibt's nämlich Live-Musik und der Eintritt ist frei. Was erwartet dich? Am Mikrofon, die Denise. Außerdem am Mikrofon, die Mimi. Und am Schlagzeug, Tommy Esch. Am Bass, Harald Tattlinger. An der Gitarre, Robert Steiner. Am Saxophon, Detlef Hora. An der Trompete, Helmut von der Porsche Big Band. Und sehr wahrscheinlich auch am Mikrofon, Dominik, der Wett vom Kalbenthaler Brauchhaus. Achso, und außerdem auch, Doc Fetzer. Also, nochmal, Samstag, 21.09. ab 19.30 Uhr, Kalbenthaler Brauchhaus. Eintritt ist frei. Nicht vergessen, reservierte deinen Platz unter der Nummer 08 345 1565. Wir sehen uns da. Ciao. Mal, du stehst mir der Fisch.